Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Die Hans-Silje-Stiftung ist natürlich eine kirchliche Stiftung für Verbreitung von Kirchenpropaganda. Ich paraphrasiere. Es ist eine Kirchenstiftung zur Verbreitung von Kirchenpropaganda. Das weiß man ja nie bei diesen Sendungen. Es gibt ja in den Sendern Redaktionen, die sich mit dem Thema Religion beschäftigen. Und es gibt so Zeitfenster, die müssen die Sender den Kirchen zur Verfügung stellen, damit die Kirchen eigenes Material senden können. Ich befürchte übrigens, dass die Sender die Kirchen dafür auch noch bezahlen müssen, weil die ja quasi Sendezeit füllen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein Kirchenfenster ist, wo die Kirche machen kann, was sie will. Oder ob das so halbredaktioneller Beitrag ist. Aber ist ja egal. Also Frau Kessmann hat einen neuen Podcast. Habe ich vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Also diese ganzen mediengeilen Kirchenvertreter, die jetzt nirgendwo auftreten können wegen Corona, die scheinen jetzt alle Podcasts zu machen. Wobei Frau Kessmann noch gar nicht mal so schlecht ist. Also sie liefert zwar noch Angriffspunkte, die auch, meine ich, hart kritisiert werden müssen. Aber sie spricht druckreif praktisch. Sie sagt auch einige gute Sachen. Gut, wenn Frau Kessmann was Gutes sagt, hat das dann natürlich in der Regel nichts mit der Bibel zu tun. Also gesunder Menschenverstand. Aber ich habe mir eine Folge rausgepickt, das ging um Hoffnung. Auch hier ein paar Sachen. Diese Folgen sind so unter 30 Minuten, glaube ich. Also erstmal der größte Kritikpunkt an Frau Kessmann ist natürlich, dass sie den Ketzer-Podcast nicht hört, wie sie hier unter Beweis gestellt hat. Hast du von Hans Rossling schon mal gehört? Nein. Ja, den hat man ja besprochen. Das Buch Factfulness von Hans Rossling. Und der Interviewer, der erklärt Frau Kessmann jetzt, dass der Rossling praktisch zeigt, es geht eigentlich gar nicht alles den Berg runter, so wie man oft so denken könnte. Christian hat uns das ja erklärt. Sondern wenn man jetzt mal Kennzahlen nimmt, wie Kindersterblichkeit, Bildung, also wie lange Kinder die Schule besuchen und so weiter. Das geht alles nach oben. Man merkt es nur nicht so, weil wir sozusagen, wir gucken von oben. Ich nehme mal an, unsere Hörer sind tendenziell in den wohlhabendsten Ländern der Welt. Und dann sehen alles andere, sieht dann eben beschissener aus als da, wo wir sind. Dann nimmt man das nicht so wahr, dass es für die auch nach oben geht. Also das hatten wir besprochen, Hans Rossling. So, und jetzt hat der Moderator Frau Kessmann jetzt erzählt, dass sie also, da die Fakten präsentiert werden, dass eigentlich alles besser wird. Und Frau Kessmann springt sofort darauf an. Das ist natürlich wirklich sehr hoffnungsvoll und finde ich natürlich toll, wenn das ein Wissenschaftler so sagt, was ich als Theologin versuche, als Theoriegebäude oder vom Glauben her zu definieren. Ja, was Frau Kessmann nicht verstanden hat, ist, dass Hans Rossling Fakten präsentiert und Frau Kessmann Wunschdenken propagiert. Also das scheint sich zwar irgendwie zu treffen, weil Frau Kessmann propagiert so ein Wohlfühl-Wunschdenken und Rossling präsentiert positive Fakten. Aber man muss schon unterscheiden, Rossling ist hier der Gute und Kessmann ist die intellektuell völlig unredliche, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Vertreterin. Und auch interessante Offenbarung, Frau Kessmann glaubt offenbar gar nicht, also ich kann das nicht anders deuten hier, sondern sie hofft eigentlich bloß, dass es Gott gibt. Ich denke, Hoffnung ist Teil des Glaubens. Die Hoffnung, dass es Gott gibt, dass es Sinn gibt, dass ich meine Lebenszeit verantwortlich leben kann und es ist auch eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Also aus meiner Sicht kann man nicht beides haben, die Gewissheit, dass es Gott gibt und die Hoffnung. Wisst ihr, was ich meine? Also aus meiner Sicht ist das entweder oder. Du wirst Frau Kessmann nicht darauf festnageln können, weil sie der geliebte religiöse Pudding ist. Ja, gut. Ja, eher kannst du einen Pudding an die Wand nageln. Ich wollte es auch gerade sagen. So, jetzt Frau Kessmann setzt wieder an und ich dachte schon, das ist gar nicht so verkehrt. Achtung. Also da würde ich immer gegenhalten, gegen Hoffnungslosigkeit, weil ich auch finde, wir müssen uns mal einordnen mit unserer Situation in die Generationen vor uns. Das ist für mich als Christin auch beispielsweise immer ganz wichtig zu sagen, was für Krisen gab es schon. Ja, da dachte ich, ja gut. Speziell in der Corona-Krise, also war natürlich auch hier so das Thema Rahmenbedingungen. Der offensichtliche Blick in die Geschichte wäre jetzt die letzte große Pandemie, die spanische Grippe vor 100 Jahren. Aber das war nicht das, worauf Frau Kessmann zurückblickt, sondern was sie meint, ist folgendes. Die ganze Bibel erzählt von Wüstenwanderung beispielsweise. 40 Jahre durch die Wüste wandern und trotzdem die Hoffnung haben auf das gelobte Land. Ich bin überzeugt, der Mensch braucht solche Bilder wie die. Das Volk Israel in der Wüste hatte immer dieses Land, wo Milch und Honig fließen als Hoffnungsvision. Als sie dann eines Tages da ankamen, war es dann gar nicht so schön, wie erwartet, weil es Auseinandersetzungen gab und Krieg und Streit und anderes mehr. Aber dieses Hoffnungsbild hat ihnen Kraft gegeben und deshalb, finde ich, müssen wir auch sagen, wir haben doch jetzt auch Hoffnungsbilder. Ja, so und hier habe ich mich jetzt festgebissen, denn Frau Kessmann sagt ja, ich wiederhole nochmal die Formulierung. Weil es Auseinandersetzungen gab und Krieg und Streit. Und das ist natürlich ein gewisser Euphemismus für das, was dort tatsächlich abging. Denn es ging ja um Angriffskrieg und Genozid. Also das mit Auseinandersetzungen und Streit. Und das war ja auch von vornherein gegeben. Die wollten ja ins gelobte Land. Aber da lebten ja schon welche. Von allen Hoffnungsbildern, die Frau Kessmann sich hier hätte rausgreifen können, nimmt ausgerechnet dieses. Und jetzt habe ich hier mal geguckt. Ich habe ja gesagt, dieses Schmar Israel, also höre Israel, das steht ja am Anfang. Ich wiederhole es gerade mal, weil ich da neulich schon von gesprochen hatte. 5. Mose 6, Abvers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Also die strenggläubigen Juden, die binden sich ja diese Gebetsriemen um. Da sind dann so Toraschnipsel drin und dann haben die das, also was hier steht praktisch, das wird da beschrieben. Und wir erzählen das natürlich auch ihren Kindern. So, jetzt kommt aber direkt im Anschluss das Konfliktpotenzial. Da heißt es nämlich, also direkt im Anschluss an dieses höhere Israel. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Sand bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben. Große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast. Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast. Und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast. Und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn dann... Weil es Auseinandersetzungen gab und Krieg und Streit. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe hier seitenweise hier die klassischen Zitate, die wir auch von Franz Bugler kennen. Also ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, damit der Herr dich nicht vertilge. Wenn ihr ausrottet viele Völker, du sollst dann ihnen den Bann versprecken. Also diese Vernichtungsweihe. Die Bibel schildert das ja so, dass weder Frauen, noch Kinder, noch Kreise, noch Vieh am Leben bleiben darf in den kananitischen Städten, die die erobern. Das heißt, es ist hier. Du sollst nicht leben lassen, was Odem hat, bla 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 bla. Zusammenfassung findet sich, also teilweise Zusammenfassung findet sich im Joshua-Buch 1040. So schlug Joshua das ganze Land, das Gebirge, den Süden, das Hügelland und die Abhänge und alle seine Könige ließ niemand übrig und vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie der Herr, der Gott Israels geboten hatte. Das heißt, die Darstellung ist hier so, dass die wirklich die einheimische Bevölkerung ausrotten auf Gottes Befehl. Ausdrücklich Kinder, Frauen, Kreise und auch das Vieh. Und da spricht Frau Käßmann von... Weil es Auseinandersetzungen gab und Krieg und Streit und anderes mehr. Also da hätte ich jetzt selbst Frau Käßmann zugetraut, dass sie merkt, dass das nicht... Das ist einfach unanständig. Das ist, wie sagt man, nicht opportun oder nicht appropriate. Unredlich. Ja. Und es ist einfach gelogen. Das ist das Problem. So, jetzt Frau Käßmann könnte sich jetzt natürlich auf die Ausrede zurückziehen. Dass das ja so eine religiöse Fantasievorstellung ist, dass die das Land so militärisch siegreich genommen haben. Und in Wirklichkeit... Also ich habe versucht, das zu recherchieren. Das weiß keiner. Also die haben... Da gab es noch keine... Da haben die noch keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Das weiß keiner. Es ist letztendlich... Ist das unhistorisch? Und ich denke mal, Historiker gehen mittlerweile davon aus, dass es reines Wunschdenken ist, eine Rückprojektion. Ja, ja, ja. Richtig. Um die eigene Großartigkeit dann darzustellen und eine Geschichte dazu konstruieren, die gar nicht vorhanden ist. Andererseits verkauft ja Margot Käßmann das als Drohsspenden. Ja, das Problem ist, wenn Frau Käßmann jetzt sagt, um das abzumildern, diesen Genozid, das war ja in Wirklichkeit gar nicht so. Dann kann sie aber auch nicht mehr mit ihrer Wüstenwanderung kommen, weil der Exodus und die Wüstenwanderung sind ja ebenso fiktiv. Also ich habe das... Es gibt so eine Webseite bibelwissenschaft.de und da steht drin, dass, ich zitiere, die gewalttätige Landnahmedarstellung des Joshua-Buches fiktiv ist. So. Und jeder, der sich jetzt darauf berufen will, der muss dann konsequent... Also das machen die natürlich nicht, aber der müsste dann konsequenterweise auch Abstand nehmen von der Exodus-Geschichte und der Wüstenwanderung. Und das ist ja so eine Basis, wo man gesagt hat, ja Gott ist so toll und der befreit die Leute, also der befreit die nur, damit sie dann nachher die anderen A ausrotten oder B knechten. Je nachdem, wo du jetzt in der Bibel guckst, gibt es ja wieder mehrere Schilderungen dieser Landnahme. Also da war selbst ich, also Frau Käßmann, hätte ich jetzt gedacht, dass sie sonst so, wie ist dieses Wort, das ich immer hasse, achtsam ist. Und so merkt, dass man so ein Genozid jetzt nicht so mal... Locker vom Hocker. Naja, so nebenbei, dass gerade mal so mit so Worten wie Auseinandersetzung, Streit und all solche Sachen... Au passant heißt es, glaube ich, im Schach. Ja, ja, also da war selbst ich, gut, ich bin jetzt natürlich der Käßmann-Standmehr nicht in dem Sinne wie Christian. Ja, das ist Standard und das ist, um ehrlich zu sein, diese verlogene Dreistigkeit der Theologen, das ist Standard. Das ist nichts Neues, das ist nichts anderes. Das Schlimme ist halt, dass es niemandem auffällt. Und die Theologen, die dekutieren das untereinander, wie sozusagen, wie schön sie quasi sich die Sachen hertrennen. Aber halten wir noch mal fest, mein Statement war, das ist das Beste, was sie zu bieten haben aus der Bibel. Na gut, also Frau Käßmann, das fand ich auch interessant, vielleicht geht das nur mir so. Sie ist voll der Hoffnungs-Wonneproppen da quasi, ne? Und sie kann auch der Krise noch was Gutes abgewinnen. Es gibt Situationen im Leben, die sind schwierig, das ist nicht zu ändern. Und ich bin auch überzeugt im Rückblick auf mein Leben, in denen lebst du am intensivsten. Wenn es dir nicht so gut geht, lebst du sehr intensiv, weil du viele Emotionen durchmachst, viel für dich klärst in so einer Situation. Also haben wir ja schon mal gesagt, also die Situation, in denen du immer so vor dich hinplätschern lebst, da denkst du nachher, wo waren eigentlich die zehn Jahre? Gut, erstmal, es lebt sich natürlich unbeschwerter, wenn man beispielsweise wegen Trunkenheit von seinem EKD-Ratsvorsitzenden-Posten zurücktreten muss und einem dann gleich eine Professur an der Uni Köln oder wo das war, oder Düsseldorf eingerichtet wird, damit man noch so ein Auskommen hat. Da fällt man natürlich nicht tiefer als in Gottes Hand. Aber was ich nur jetzt von meiner eigenen Lebenserfahrung sagen kann, diese Floskel, dass man intensiv lebt, wenn man da durch irgendwelche Krisen geht oder so, das halte ich für das Wahnsinn. Krisen sind scheiße. Was Frau Käßmann hier sozusagen entlarvt ist... Vielleicht gibt es ja einen chinesischen Fluch. Mögest du intensiv leben? Das ist ja eine Anspielung zu, mögest du in interessanten Zeiten leben, ne? Genau. Also, ich sag ja immer, und das meine ich ja auch ernst, ich bin jeden Tag froh, wo ich, sag mal, finanziell keine Sorgen habe, wo ich und meine Familie gesund sind, weil ich weiß, das kann sich jeden Tag ändern. Und jeden Tag, wo mein Leben so mühelos dahin plätschert, bin ich, also jetzt nicht gottdankbar, aber ich weiß das zu schätzen, weil ich weiß, das kann nicht jede Sekunde, kann sich das ändern. Und das ist was, weil ich natürlich auch über das Leben nachdenke. Und man braucht ja nicht sehr weit zu gucken und zu merken, dass man sich sozusagen bläst vorkommen kann, wenn man alleine, sag mal, in der ersten Welt lebt und so weiter. Und keinen Kriech um sich rum hat oder Bürgerkrieche oder so marodierende Banden oder organisiertes Verbrechen wie die Flüchtlinge in Mittelamerika. Diese Aussage, man lebt am intensivsten in der Krise, zeigt aus meiner Sicht eine Gedankenlosigkeit, dass man das normale Leben, wo man sich eigentlich drüber freuen müsste, gar nicht richtig schätzt. Und jetzt bin ich in der Situation, deswegen mag ich den Spruch auch so gerne, der Gottlose wird reich und gesund, wo Frau Kessmann wahrscheinlich noch etwas gestresster ist. Gut, wenn man natürlich jede Woche seine Bildkolumne schreiben muss und was sie da sonst noch alles an der Backe hat, sollte man vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten. Sonst ist man ja ständig abgelenkt und kann das Leben gar nicht so richtig genießen. Aber diese Aussage, man lebt nur in der Krise richtig, halte ich für Unsinn und zeigt aus meiner Sicht, ja, es gibt halt Leute, gerade so Gläubige, sag ich doch immer, die halten alles für selbstverständlich, ja, Gott beschützt mich schon, bis dann mal die Einschläge näher kommen. Und dann haben sie plötzlich Gottes Zweifel. Und ich kann nur eben sagen, wenn ihr darüber nachdenkt, alleine denke ich mal, dass jemand jetzt in der Lage ist, den Podcast zu hören, der kann sich in vielerlei Hinsicht glücklich schätzen. Und wenn in meinem Leben nichts Spannendes passiert, dann bin ich jeden Tag froh, dass ich schön entspannt war und kann hier interessante Dinge vorbereiten oder lesen oder mich anderweitig unterhalten. Aus meiner Sicht eine Aussage, die eine gewisse Gedankenlosigkeit erkennen lässt. Psychologisch ist das eine Rationalisierung. Sie versucht quasi, hinterher versucht man immer alles schön zu reden. Gut. Hier noch ein interessantes Statement. Dass der Zweifel zum Glauben dazugehört, das finde ich, ist notwendig. Wenn jemand mir sagt, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dann grenzt das für mich an Fundamentalismus. Dann musst du nämlich sagen, glaub das, das ist alles richtig so und du darfst gar nicht fragen. Das ist wieder typisch. Mit dem Finger auf die bösen Fundamentalisten zeigen, die sagen, haha, du musst das alles glauben. Was Frau Kersmann sagt, ist, wir lassen den Zweifel zu, aber dann nehmen wir uns irgendeine beliebige Antwort, um dann doch wieder das zu glauben, was wir gerade kurz anzweifeln durften. Also die verschiebt den Fundamentalismus im Grunde nur eine Stufe weiter, dass sie die Zweifel zulässt, aber dann eben nicht ernsthaft die Zweifel durchdenkt, sondern sich dümmste Ausreden ausdenkt, um dann doch wieder das zu glauben, was sie will. Und im Gegensatz zu Fundamentalisten ist Gott natürlich dann auch immer ihrer Meinung. Ja, man könnte geradezu sagen... Weil ich habe da so eine Standleitung zu Gott, habe ich den Eindruck, im Gebet... Ja, also besser kann man es eigentlich nicht zum Ausdruck bringen, dass Gott immer der eigenen Meinung ist. Christian? Ich finde, positiv daran ist, dass sie Fundamentalismus als Schimpfwort verwendet. Aber Fundamentalisten sind ja immer die anderen. Und das ist eine gute Entwicklung. Schließlich leidet die evangelische Kirche ja insbesondere in Bremen auch unter diesen Fundamentalisten. Grüße an die Latzel-Freunde, die uns... Meinst du, sie knallt den Fundamentalisten eins von den Latzel? Ja, und hier übrigens in dem Zusammenhang. Unser Latzel-Video ist einer der am schlechtesten bewertenden Videos, die wir jemals gemacht haben. Die haben da... Viel Feind, viel Ehren. Die haben da unglaublich viele Leute da aktiviert, die dann quasi uns downvoten. Und ich bin begeistert davon, weil es nämlich zeigt, dass das ein Problem ist. Also da müssen wir auch unbedingt beim nächsten Mal noch was nachlegen beim Latzel. Und vielleicht auch noch mal darauf Bezug nehmen, was das ist. Ich habe ja vor Jahren schon gesagt, dass die EKD sich vor einer zunehmenden Radikalisierung gefürchten muss. Margot Käßmann ist am anderen Ende. Die ist sozusagen an dem Befehl-Christen-Ende, wo man quasi die, die fühlen mich gut Christen sitzen und die man, wo man sagen kann, das ist ein gesellschaftlich akzeptiertes Christentum, das völlig innerlich entkernt ist. Aber ich habe den Eindruck, dass der aktive Teil zunehmend eben dieser Radikale ist. Und da werden wir sicherlich noch mal was... Das müssen wir sicherlich noch weiter verfolgen. Das Problem ist, dass die moderaten Christen per Definition kein großes Engagement sozusagen. Also jetzt vielleicht nicht für den Glauben, vielleicht in anderen Sachen, aber nicht so für den Kernglauben. Also jetzt müsst ihr euch natürlich festhalten, aber Frau Käßmann noch einen super Witz gemacht hat und der Moderator fand ich auch total witzig. Mir hat einer auch mal ganz wütend gesagt, sie können überhaupt nicht beweisen, dass es Gott gibt. Na ja, muss ich sagen, sie können aber auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Nun lassen sie mich doch... Also ich kriege oft solche Mails, die mich beschimpfen und sagen, wie kann man so blöd sein im wahrsten Sinne des Wortes, sowas zu glauben, so ein Humbug zu glauben. Und dann muss ich sagen, ich habe aber die Freiheit, es zu glauben. Ich lebe in einem Land der Glaubensfreiheit. Ich darf glauben, was ich glaube. Und in dieser Religionsfreiheit ist auch beinhaltet, dass andere anders glauben. Das ist eben kein Fundamentalismus, sondern du darfst anders glauben und deinen Weg zu Gott finden. Und du hast auch die Freiheit, nicht zu glauben. Das ist mir wichtig. Also hier offenbart sich ja schon wieder die totale Verblödung von Frau Käßmann. Ja, man kann auch was Blödes glauben. Darf man. Es sagt doch keiner, dass sie das nicht glauben darf, sondern die Frage geht doch dahin, dass man nicht jeden Scheiß glauben darf, sondern dass man es irgendwie vernünftig begründen müsste. Und sie schwafelt jetzt von Religionsfreiheit, als ob das eine Rechtfertigung dafür wäre, jeden Scheiß glauben zu können. Das ist aber so typisch. Das habe ich oft beobachtet. Man möchte meinen, dass die irgendwie eine Fähigkeit haben, dass die das so an- und ausknipsen können. Oh, jetzt bin ich, jetzt mache ich mal vom Glauben Urlaub, jetzt bin ich Atheist und so, oh, jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen glauben, klick. Nee, 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 nee. Also das macht sie ja, das macht sie ja gar nicht. Frau Käßmann ist, die hat sich auf den Glauben eingelassen. Damit komme ich zu dem letzten Clip. Da ist natürlich viel zum Zweifeln. Kann man zweifeln, dass Jesus von Toten auferstanden ist? Natürlich kann man daran zweifeln. Aber du kannst auch sagen, Glaube, Fides ist auch Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass es Gott gibt. Und da musst du auch immer wieder, ich habe versucht, das mal zu erklären, wie mit diesem Drei-Meter-Brett, dieser berühmten Geschichte. Du stehst da oben und traust dich nicht zu springen. Kenne ich von mir selbst auch noch, weiß ich, beim Fahrtenschwimmer hieß das damals. Du stehst dann da und wirst immer kälter und du traust dich nicht. Und irgendwann musst du dir den Mut geben und sagen, ich springe. Ich komme da runter. Irgendwie. Augen zu und durch. Und so sehe ich das mit dem Glauben auch. Da musst du halt springen und sagen, ich vertraue jetzt darauf. Also erst mal dieses Argument mit dem Glaubenssprung. Man muss sich auf den Glauben einlassen. Das funktioniert bei den Christen ja immer nur in Richtung Christentum. Alle anderen sollen sich immer auf ihren Glauben einlassen. Aber dass sie sich umgekehrt mal auf den Atheismus einlassen. Also Frau Kessmann spricht ja selber von Zweifeln. Wie gesagt, ich habe ja das ganze Buch geschrieben im Zweifelglauben. Das natürlich nicht, überhaupt nicht auf einen vernünftigen Umgang mit diesen Zweifeln abzielt. Sondern wie man trotzdem glauben kann. Also so ist das auch gemein. Da habe ich natürlich erst begriffen, weil ich das Buch gekauft hatte. Im Zweifelglauben. Der Glaubenssprung wird immer den anderen abverlangt. Sie hat den schon, sie glaubt, dass sie den schon gemacht hat. In Wirklichkeit meine ich aber, Frau Kessmann steht immer noch auf dem Drei-Meter-Brett. Also ich habe mir das so vorgestellt. Ich habe gesagt, die Realität hat mich quasi vom Drei-Meter-Brett geschubst. Und dann bin ich beim Atheismus gelandet. Wisst ihr, was ich meine? Als vernünftiger Mensch guckst du dir die Realität an. Und dann merkst du, das kann nicht stimmen, was in der Bibel steht. Oder was die Christen erzählen. Und als vernünftiger Mensch folgst du dann den besten Argumenten. Und dann merkst du, es kann keinen guten und gerechten Gott geben. Und was Frau Kessmann macht, ist genau sie. Sie weiß, dass es diese Zweifel gibt. Sie faselt sich selber irgendwas zurecht. Aber sie scheut den Sprung. Sie lässt sich nicht auf den Atheismus ein. Würde sie das machen, würde sie merken, dass es gar nicht so schlimm wäre. Ich habe hier noch zwei Sachen. Doch, dann hältst du ja einen Job los. Ja, okay. Also Mark Wehner hat das ja gesagt. Das ist schwierig, Leute davon zu ersorgen, dass sie falsch liegen. Wenn von der Überzeugung, dass sie richtig liegen, ihr Einkommen abhängt. Oder so. Frau Kessmann, wenn es nicht darum geht, dass sie den Glaubenssprung sozusagen zum Atheismus finden muss, dann erzählt sie ihren Kindern Folgendes. Ich habe bei meinen Kindern immer versucht, wenn sie so in einer Situation waren, wo sie nicht genau weiter wussten oder verzagt waren, zu sagen, jetzt mach dir doch mal eine Liste. Was ist das ganz Schwierige und was ist das Positive, was du sehen kannst? Oder die andere Möglichkeit, was ist die schlimmstmögliche Variante? Der Worst Case. Die schlimmstmögliche Variante, guck dir die mal an. Und könntest du die, in Anführungsstrichen, bewältigen, überleben? Und wenn du dir das mal angeguckt hast, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, was weiß ich. Ich werde nicht versetzt. Das ist jetzt Kleinkram, ich weiß aber. Und wenn du damit trotzdem weiterleben könntest, wenn du jetzt die zwölfte Klasse wiederholen musst oder was, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Dann kommst du doch klar. Also vielleicht kann man es so tatsächlich lernen. Also mir nimmt das auch manchmal die Angst, wenn ich denke, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und ich meine, solche Situationen habe ich tatsächlich schon erlebt im Leben. Und dann zu sagen, okay, das schaffe ich. Und ja gut, Frau Kessmann, als Kirchenfunktionärin wäre es natürlich tatsächlich möglicherweise sehr schlimm, wenn sie... Wir Atheisten haben ja nicht diese Industrie, wo wir diese Geschichten, diese Lebensgeschichten von Leuten, die drogenabhängige Pornodarsteller waren und dann endlich zum Atheismus gefunden haben, diese Industrie gibt es ja bei uns nicht. Von daher ist das vielleicht für sie schlimmer. Aber an die Christen oder Unentschiedenen vielleicht, die zuhören. Ich habe, als ich das gehört habe von Frau Kessmann, ich habe gedacht, die Realität hat mich vom Drei-Meter-Brett geschubst. Ich wusste nicht, wo das Ganze hinführt. Ich wusste nur, das kann nicht stimmen. Dann war ich gezwungen, das selber zu durchdenken. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich nicht diese kognitive Dissonanz habe, die die Gläubigen immer quält. Hatte ich ja letztes Mal, Stichwort Krisenbewältigung, schon gesagt. Mein Weltbild ist stimmig. Das heißt nicht, dass nichts Blödes passiert. Aber dann kann ich mich wenigstens darauf konzentrieren, wie ich mit dem Blöden umgehe. Shit happens. Anstatt mich noch frustriert zu sein, weil mein Weltbild oder mein gnädiger Gott offensichtlich nicht das macht, was ich von ihm erwarte. So. Und als letztes hier noch Frau Kessmanns grausame Gottesvorstellung. Ich kann sagen, dass ich überzeugt bin, dass Gott uns nicht Leid schickt. Das wäre für mich eine ganz grausame Gottesvorstellung. Aber dass Gott uns die Kraft gibt, mit Leid zu leben, selbst wenn das Leid keinen Sinn macht. Ich kann doch nicht sagen, dass jemand, der schwer leidet in seiner Krankheit und daran stirbt, dass das einen Sinn gemacht hat. Oder ein Kind, das missbraucht wird oder gequält wird, dass das irgendeinen Sinn macht. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist grausam. Aber ich kann von Gott die Kraft erbitten, auch damit zu leben. Immerhin behauptet Frau Kessmann nicht, wie ja manche andere hochrangigen Theologen, dass das alles irgendwie Sinn haben muss. Nachtrag? Ich muss mich selbst korrigieren. Frau Kessmann sagt zwar nicht, dass es einen Sinn gibt. Und sie weiß, dass bestimmte Dinge keinen Sinn machen. Ich kann doch nicht sagen, dass jemand, der schwer leidet in seiner Krankheit und daran stirbt, dass das einen Sinn gemacht hat. Oder ein Kind, das missbraucht wird oder gequält wird, dass das irgendeinen Sinn macht. Kessmann weiß, dass es grausam wäre, wenn Leid, Tod oder Kindesmissbrauch Sinn ergeben. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist grausam. Gleichzeitig hofft sie aber darauf, dass es Sinn gibt, wie sie uns vorhin bereits erklärt hat. Ich denke, Hoffnung ist Teil des Glaubens. Die Hoffnung, dass es Gott gibt, dass es Sinn gibt. Ich weiß nicht, wie sich beides intellektuell vereinbaren lässt. Für mich ist das ein weiterer Beleg dafür, dass Frau Kessmann ihr Weltbild überhaupt nicht durchdenkt, sondern dass sie immer nur so weit denkt, wie es ihr in den Kram passt. Man kann Gott zwar nicht beweisen, aber man kann darauf hoffen. Genauso kann man darauf hoffen, dass es einen Sinn gibt. Außer dort, wo ein Sinn grausam wäre. Meine Fresse, Margot. Zurück zum Podcast. Ich kann sagen, dass ich überzeugt bin, dass Gott uns nicht Leid schickt. Das wäre für mich eine ganz grausame Gottesvorstellung. Aber dass Gott uns die Kraft gibt, mit Leid zu leben, selbst wenn das Leid keinen Sinn macht. Ich kann von Gott die Kraft erbitten, auch damit zu leben. Es ist natürlich wie eine faule Ausrede. Was ist denn jetzt die Kraft? Wenn du stirbst oder dein Kind stirbt, dann hat das Kind schon mal von der Kraft nichts gehabt. Ja, oder stell dir mal vor, irgend so eine besoffene Transoße fertig, abends an der Ampel übernaufen. Bei Rot. Ja, genau. Und Gott schickt die Kraft ja wohl auch nicht jedem. Bist du dann schuld, weil du die Kraft Gottes nicht gespürt hast oder nicht gekriegt hast? Sie erkennt den Widerspruch oder die kognitive Dissonanz und kommt wieder mit so einer halbgaren, willkürlichen, so Moving-Goal-Posts. Das machen Apologeten ja gerne. Die denken sich was aus, das kaschiert so das ursprüngliche Problem. Aber wenn du das weiter durchdenkst, dann merkst du, dass das Problem nur verschoben wurde, weil du jetzt ein anderes Problem hast, so wie ich gerade gesagt habe. Was ist denn jetzt mit Leuten, die keine Kraft haben oder so? Naja, also Frau Käßmann kann sich das alles nicht vorstellen, dass Gott das Leid schickt. Aber auch wieder willkürlich. Das Leid schickt er nicht, aber die Kraft, ja, die schickt er. Also wie wir das immer bemängeln, alles Gute wird Gott zugeschrieben und alles Negative, das ist dann, ertäuschenderweise gibt es da keine Schuldigen, würde Sternberg vielleicht sagen. Also ich weiß nicht, sie muss wieder lügen. Also es gibt ja die Hölle, nicht in der Bibel drin, mit angedroht, das wäre der Worst Case für Christen, dieses Glauben. Und der Worst Case ist nicht, dass jemand nicht versetzt wird, sondern dass irgendeine Sterne in der Nachbarschaft eine Supernova hat. Das ist meine Art von Worst Case. Achso, ich dachte, du wirst nicht in den Himmel versetzt. Diese Fantasielosigkeit, auf der einen Seite hat sie immer sehr fantasievolle Bücher mit, mit völlig empathischen Geschichten von irgendwelchen Leuten. Auf der anderen Seite die völlige Fantasielosigkeit, das ist einfach entsetzlich. Und es ist einfach schade, dass wir auch so viel Zeit mit Frau Käßmann beschäftigen hier. Es ist einfach unredlich, was sie macht. Also wer noch nicht genug hat von Frau Käßmann, der kann ja noch die anderen vier Folgen, die glaube ich bei der Senderei schon waren. Ich wollte mir die nicht antun. Die Fragestellende erschienen mir auch nicht so ergiebig, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, der Podcast heißt Mensch Margot und könnt ihr euch dann noch anhören, wenn ihr noch nicht genug davon habt. Nach der Besprechung im Ketzer-Podcast habe ich mir noch eine Folge der Käßmann-Sendung angehört und habe sofort noch ein schönes Beispiel dafür gefunden, wie Frau Käßmann aus der Bibel rausliest, was ihr in den Kram passt. In Folge 6 vom 21. Juni 2020 mit dem Titel Was kommt nach Corona und was bleibt, sagt sie? Ich rede ja gerne von dieser Ethik des Genug. Es muss auch ein Genug geben. Und wir wissen, dass Menschen, die sagen, ich habe genug und nicht immer noch mehr wollen, dass die in der Regel auch die zufriedeneren Menschen sind. Es steht übrigens auch schon in der Bibel, du sollst nicht ständig begehren. Ja, 9. und 10. Gebote. Die Leute begehren, das macht dich ja auch krank, wenn du immer mehr haben willst und unzufrieden bist, weil du noch nicht genug hast und noch nicht genug hast. Das ist ein typisches Beispiel für die Käßmann-Theologie. Dabei wird überhaupt nicht mehr gefragt, was eine Bibelstelle sagen will, sondern ob sich nicht etwas herauslesen lässt, was einem gefällt. Dabei greift Frau Käßmann gerne auch Nebensächlichkeiten oder Formulierungen heraus, die offensichtlich nichts mit der eigentlichen Botschaft der Bibelstelle zu tun haben und bläst diese Nebensächlichkeiten dann zu einer großartigen Erkenntnis auf. Schaut man etwas genauer hin, merkt man freilich, dass die Erkenntnis überhaupt nicht aus der Bibel kommt, sondern woanders her und dass für Christen jetzt nur noch eine passende Bibelstelle präsentiert werden soll, die sich auch in diesem Sinne verstehen lässt. Die Erkenntnis ist hier, Wir wissen, dass Menschen, die sagen, ich habe genug und nicht immer noch mehr wollen, dass die in der Regel auch die zufriedeneren Menschen sind. Für jeden vernünftigen Menschen wäre das völlig ausreichend und wenn Frau Käßmann es dabei belassen würde, wäre ihr Hinweis auf diesen Umstand ja auch prima. Aber als Theologin muss sie diesen Punkt natürlich unbedingt auch aus der Bibel herauslesen. Das steht übrigens auch schon in der Bibel, du sollst nicht ständig begehren, ja, neunte und zehnte Gebote. Die Leute begehren, das macht dich ja auch krank, wenn du immer mehr haben willst und unzufrieden bist, weil du noch nicht genug hast und noch nicht genug hast. Übrigens, Fun Fact, mit der Unterteilung in neuntes und zehntes Gebot entlarvt sich Frau Käßmann als Lutheranerin. Die Aufteilung des Begehrensverbotes in zwei Gebote ist nämlich eine Spezialität von Katholiken und Lutheranern. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, umfasst aber auch reformierte und unierte Kirchen. Die Lutheraner machen nur knapp die Hälfte an Kirchenmitgliedern aus. Das heißt, selbst innerhalb der EKD werden die Gebote unterschiedlich gezählt. Man fragt sich natürlich, weshalb das letzte Gebot in zwei Gebote aufgespalten wird. Der Grund ist offenbar, dass das Bilderverbot dann in der Zählung mit dem Fremdgötterverbot zu, in Anführungszeichen, einem Gebot verschmolzen werden kann. Die katholische Kirche arbeitet ja gerne mit Bildern, Statuen und Kruzifixen. Man denke nur an das bekannte Bild, die Erschaffung Adams in der Sextinischen Kapelle im Vatikan, wo Gott höchstpersönlich dargestellt ist. Ich nehme an, durch die Zusammenfassung des Bilderverbots mit dem Fremdgötterverbot soll der Eindruck vermittelt werden, man solle sich lediglich kein Bild von fremden Göttern machen. Frau Käßmann ist also keine theologische Ausnahme, wenn sie nach dem Motto verfährt, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber zurück zu Frau Käßmanns Podcast. Das steht übrigens auch schon in der Bibel, du sollst nicht ständig begehren. Ja, neunte und zehnte Gebot. Die Leute begehren, das macht dich ja auch krank, wenn du immer mehr haben willst und unzufrieden bist, weil du noch nicht genug hast und noch nicht genug hast. Im neunten und zehnten Gebot steht aber nicht, du sollst nicht ständig begehren, sondern du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nachbar hat. Da wird nicht gesagt, dass man überhaupt nicht begehren soll, sondern nur, dass man nichts von seinem Nachbarn, also von Mitjuden begehren soll. In deutschen Bibelübersetzungen ist hier statt vom Nachbarn immer vom Nächsten die Rede. Im hebräischen Original heißt es aber Nachbar und so ist es auch gemeint. So heißt es in der Sacherklärung zu Nächster in der Stuttgarter Erklärungsbibel, Als Nächster wird im Alten Testament der Angehörige des eigenen Volkes bezeichnet, aber auch ausdrücklich jeder Fremde, der in den Dörfern oder Städten mit den Israeliten zusammenlebt. Der Nachbar also, der Mitmensch. Es ist schwer zu glauben, dass Frau Käßmann das nicht weiß. Aber, so könnte man fragen, lässt sich das Gebot nicht auf alle Mitmenschen ausdehnen? Die Antwort ist Nein. Denn das Alte Testament basiert ja gerade auf dem Versprechen Gottes, den Israeliten das Land der Kanaaniter zu geben. Hier noch einmal die Stelle von vorhin. Große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Das ist aber nur ein Beispiel. Das Alte Testament lässt keinen Zweifel daran, dass die Israeliten zwar gegenseitig nichts voneinander begehren sollten, das Eigentum anderer Völker von diesem Gebot aber ausgenommen war. Das Begehrensverbot ist eher eine Ausnahmeregelung, dessen Eigentum man nicht begehren soll. Deshalb ist es intellektuell völlig unredlich, die Formulierung aus dem letzten Gebot, wovon Begehren die Rede ist, aus dem Kontext des Alten Testaments zu reißen und das Gebot als Verbot des Begehrens an sich darzustellen. Der NDR lässt Frau Käßmann hier die Hörer verblöden. Bemerkenswert ist, dass sich im Neuen Testament ja durchaus passende Sprüche, noch dazu Jesus persönlich zugeschrieben, gefunden hätten. Etwa Matthäus 6, Vers 19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Oder ein paar Verse weiter, Vers 25 Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Das ist die Stelle mit den Vögeln und den Lilien, die sich nicht sorgen und Gott ernährt sie doch. Die Passage endet mit einem weiteren passenden Satz, Vers 34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Man hat den Eindruck, statt zu überlegen, ob sinngemäß etwas Passendes in der Bibel steht, betreibt Frau Käßmann fröhliche Worte-Assoziationen hier zum Begriff Begehren. Dieses Vorgehen wäre übrigens auch aus Theologensicht durchaus sinnvoll. Da das meiste, was in der Bibel steht, bestenfalls banal, oft aber anstößig ist, wäre es nur folgerichtig, wenn Theologen die Bibel gar nicht mehr nach dem Sinn des dort Gesagten durchforsten, sondern nur noch nach Worten und Formulierungen, an die sie anknüpfen können. So wie in dem Gefängnisgottesdienst, über den wir mal gesprochen haben, wo den Gefangenen Bibelstellen über das babylonische Exil präsentiert wurden, weil dort auch von Gefangenschaft und Befreiung die Rede war, als ob man die Situation von rechtsstaatlich verurteilten Gefängnisinsassen mit der Situation der Israeliten im Exil vergleichen könnte, die auf eine Befreiung durch Gott hofften. Die dogmatischen Ansichten der vorigen Jahrhunderte leben nur dann fort in den Vorurteilen des Volkes und in gewissen Disziplinen, die in dem Bewusstsein ihrer Schwäche sich gern in Dunkelheit hüllen. Alexander von Humboldt, 1769 bis 1859. Deutscher Naturforscher und Mitbegründer der Geografie als empirische Wissenschaft. Lass mich raten, er ist auch Namensgeber für dieses Humboldt-Forum. Also nur für unsere begriffsstürzigen Podcaster und Hörer. Das war die x-zete Episode von Ketzal 2.0. Wir sind jetzt auch schon auf Latein umgestiegen, aufgrund unserer langjährigen Beschäftigung mit der katholischen Kirche. Das heißt, die 90. Episode von Ketzal 2.0. Das gibt uns ja seit 10 Jahren. Wir haben es natürlich nicht gefeiert. Kommentare, Lob, Kritik und Höllendrohungen bitte wie immer an podcast.atheismus.de und ich möchte hinzufügen, nur ernst gemeinte Zuschriften oder besucht unseren Blog auf ketzerpodcast.wordpress.com oder besucht unseren YouTube-Kanal, wie es auch die vielen Latze-Fans getan haben. Besucht unseren YouTube-Kanal Ketzal Podcast. Vielen Dank an meine Mitketzer Christian und Nico. Schöne Grüße an die verhinderten Ketzal. und an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de geht's. Kommt her. Untertitelung des ZDF, 2020